Lass mich fahren, hä? Nein, nein, nein! Oh, loo! Hui, da draußen liegt aber ziemlich viel Saat rum. Autopilotlandung zu 100% erfolgreich. Desert Allens. Level 4 von Commander Zod. Die Mission ist, versuche das zentrale Gebiet einzunehmen und zu verteidigen. Baut Psychos auf, um später die Rechte seines Gebiets einnehmen zu können. Vorgeschätzten Psychos mit, keine Ahnung, Stärke gegen Fahrzeuge, würde ich sagen. Weil sie gut Einheiten rausschießen können, also Jeeps oder aus Panzern die Einheit, um den Panzer dann einzunehmen. Also am besten mit Kriegern kombinieren. Off geht's. Jawohl. Kein Problem, hier Kriegereinheit wird erledigt. Ah, die meinten erst die linke Seite erledigt, aber egal, ich mache es jetzt trotzdem so rum. Kein Problem. Ah, kann ich jetzt schon Panzer? Ne, kann ich nicht. Aber ich baue hier, brauche ich den Gatling? Ach, ich baue jetzt mal noch einen Schieb. Komm, renn doch. Mensch. Und hier rennt direkt weiter in die Mitte. Oh, dieses Gollen ist so langsam, das kann man auch nicht für schnell, oder? Ne. Schrecklich. Ultralangsam. Was kann ich hier bauen? Kräger, Krieger, Krieger, Psychos, Gatling, Psychos. Gatling, das baue ich auch später noch, aber... Das ist grad erstmal so. Hier Kriegereinheit. Direkt weiter. Jawohl. Schick euch mal hier hin. In Ordnung. Ein Jeep schicke ich euch da hin. Oh, das hab ich ja gar nicht angenommen. Bisschen spät jetzt fast. Das heißt, Krieger sind das Psychos? Das ist ein Krieger. Dann könnte ich das ja auch einnehmen. Komm, schieß die ab. Sehr gut. So, direkt ein Gatling. Egal, was man hier bauen kann sonst. Oh, das hab ich ja nicht angenommen. Die Panzer will ich nicht mitnehmen. Der kann da hin. Was hab ich hier noch angenommen? Jeep, nix da. Ich will ne Gatling. Eine Minute. Okay, hier hab ich nichts. Was, oder? Was gibt's hier irgendwas im Gebiet? Nö, gibt's nicht. Schieß den Jeep weg, bitte. Danke. Ich kann auch das weg token. So, das hat doch gut geklappt. Linke, seid ihr am Arsch. Schmeiß'n Ganaten, fuck. Aber das ist jetzt nicht geplant, bis ich den Panzer an den Idioten verliere. Kauwada. Bist du eins und bleibst hier. Wird das ein Juni lang verteidigen müssen. Dabei, ich schick die einfach rüber. Wo sind die da? Ich hab'n gar nicht, wie die komplette Wasser sind. Ähm. Schick's jetzt auch in die Mitte. Jetzt bräuchte ich lieber ne Gatling als Verteidigung. Und das ist mir ein bisschen knapp. Gerade wenn die mich dann hier reinfahren können, dann ist mir immer, bei mir immer so ein Spack. So, Abbruch. Scheiße, die kommen eh nicht bis hier unten durch. Zumal sollten sie das nicht an den Docks nehmen. Zu spät. Ich fahre schnell da rüber. So, die Scheiße, 13 Sekunden vor Ende. Komm, nimm einen. Sehr gut. 7 Sekunden, bis sie durchhalten. Komm, 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 komm. 5 Sekunden, 4 Sekunden. 3, 2, 1. Nein! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, so war das nicht gedacht. Ich hätte dann natürlich noch schnell die Produktion abbrechen können. Stattdessen andere starten. Aber ich hab gedacht, diese eine Sekunde läuft noch durch. Ich hab gedacht, die eine Sekunde läuft noch durch. Ne, ich bleibe auf hier jetzt hier in welchen Panzer erlauben. Dann macht da schon wieder alles gut. Oh, jetzt zieh ich ihn noch nicht. So, und? Dieses... Dieses... Ja, kein Problem. Bleiben denn meine Soldaten? Leute, was macht ihr denn? Den brauche ich ganz dringend, damit ich hinfahre. Damit der Jeep das nicht so schnell annimmt. Scheiße, das ist ein Geschütz. Deselektiert das verfickte Ding doch. Ich krieg jetzt nicht deselektiert. Ich krieg Plagg. Ich krieg echt Plagg. Wo wird denn jetzt gekämpft? Ich bin hier gerade leicht überfordert. 20 Sekunden. Krieg ich es noch verteidigt? Okay, sehr gut. Nein. 2, 1. Das krieg ich jetzt mal noch. Das ist ein Geschütz gewesen, ne? Ja. Schnell platzieren. Nein. Platzier es doch. Ich krieg es nicht platziert. Nein. Steig ein. Ich glaube, es hackt. Welchen Sektor habe ich verloren? Da rechts irgendwo. Panzer. Achso, der Panzer. Okay. Mach den Platz. Mach den bloß Platz. Gegen den Panzer kann ich nichts machen. Das habe ich auch verloren. Okay. Das ist sowas von ein Loose. Das ist auch weg. Aber es gibt einen schönen Loose-Skin. Den werde ich dann gleich mal sehen. Also schön ist was anderes, aber... Jupp. Ich kann es natürlich noch versuchen zu drehen, aber... Ich habe jetzt gerade echt wenig Hoffnung. Der wird auch noch rausgeschossen. Fahr doch da raus. Ey, ich glaube es nicht. Der hat auch alles weggeschossen. Ich habe quasi nichts mehr. Wenn der jetzt auch noch verliert, ne? Komm, nimm nächstes das noch ein. Loskirger nimmt es ein. Wo fährt der hin? Ich habe jetzt wenigstens ein paar Jeeps. Da ist ein Gatling. Dann gehe ich also hier runter. Na, ich könnte es noch wieder reißen, Leute. Nehmen wir das auch noch schnell wieder ein. Na, okay, die nehmen das jetzt ein. Egal. Da kann ich jetzt nichts gegen machen. Ja. 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 Wir greifen an. Erstatte Meldung. Nein. Alle auf dem Panzer. Alle auf dem Panzer. Und los geht. Fuck. 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 Heute irgendwie. Weißt du, und bei dem klappt das? Und bei dem klappt das beim ersten Versuch mit dem Reinfahren oder was? Ne, es klappt nicht. Jawohl. Doch, tut es. Auf sie mit Gebrüll. Die Attenverfahren, wir sind geschlagen. Es tut mir leid, Lotto. Entfangener Licht. Es ist vorbei, der Feind hat gewonnen. Sie haben es verdaut, die erbärmliche Hildi. Und Kommandeur sind die eine...